Ah, fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Es gibt Momente im Leben, in denen ihr das Gefühl habt, alles steht Kopf, Hindernisse, scheint größer als sie eigentlich sind und man möchte vor seinen eigenen Problemen weglaufen. Doch es ist nicht immer alles, wie es scheint. Hey, we will never again. We have come to where the story ends. You have to go there! Thank you! Things will never be the same, I know. And my heart sings the lonely road we go. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 In den komischsten Situationen oder Momenten, zum Beispiel auf der Toilette, beim Schlafen, bei irgendwelchen komischen Spielen. Warte, jetzt wird mir alles klar. Wieso heißt das Eigelb-Ei nicht Gelb-Ei? Das Ei an sich ist doch gar nicht gelb, sondern nur das innere Gelartige beim Ei. Gelb-Ei. Und sollte man nicht immer Gelb-Ei haben, um Gelb-Ei zu kaufen? Und es ist ein Plural von Gelb-Ei, nicht sogar Gelb-Zwei? Verzweigungen, die darauf hinauslaufen, genauso wie das Gelb-Ei aus dem Ei hinausläuft. Das ist ein gelbes Ei, ein gelblicher Preis oder ein gelblicher Schrei. Was war das? Ein gelblicher Schrei? Also ein Schrei von einem Asiaten? John, es brennt! Warte, ich helfe dir. Nimm das hier. Freunde treffen, was meine Mama denkt, was mein Papa denkt, was die Gesellschaft denkt. Das gilt so aber nicht. Räumt ihr das bitte weg? Was die AfD denkt, was ich denke, wie es wirklich ist. Also bei mir wäre es so, was ich denke, was die Gesellschaft denkt. Wie es wirklich ist. Hey, shut up! Hm, ich wünsche mir... Ich muss mir irgendwas wünschen, was auch der letzte Drecks-Dinie nicht falsch machen kann. Ich kann dich hören. Wow, warte, was? Du kannst Gedanken lesen? Ja, kann ich. Hey, wo hast du einen Cocktail her? Ich will auch einen. Warte, es war kein Wunsch. Nein, 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 warte, warte, warte. Was ist das? Das ist doch kein Cocktail. Ist das Milch? Ups, sorry. Ich will so einen Cocktail. Hast du doch. Der ist ja voll leer. Das war ja auch meiner. Du bist ein richtiger Scheiß-Genie, weißt du das? Mediakraft. Ganz am Ende findet sich ein Tee und seine beiden Kanäle heißen ungespielt, ungefilmt. Und dann Hashtag lautet Freiheit. Und was schockt er für sein Leben gerne? Minecraft. Und außerdem hat er damals Praktikum gemacht bei der Firma Rocket. Und er hat Geburtstag am 31. August. Und er fährt Longboard. Longboard will mit D geschrieben. Geschrieben. Hä? Aber nicht. Nicht. Dene. Als ob Dehnter so ein Pokémon ist, was den ganzen Tag rumrennt und yawng. Natürlich. Einmal ist sogar das passiert Ein wildes Jonge, das fang ich mir Hä? O,o,oh,oh,oh,oha O,o,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh,oh oh shit,oh nein,ich brenne,ich brenne Ah, dankeschön Wie bist du schon da Alter? Schon verkackt. Lass mich doch nicht anfangenrauen Ihr Ja Seid Ja Fresh Yes Fresh Ear Zeit Fresh 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 Yes Hi, ich bin Drew Hi, ich bin Julien Jetzt im Anime Etwas zurückgeben Ja, Drew, du hast deinen Film wieder Wir sind ja Kratzer drauf Im Film You Jimmy Wie lange kennen wir uns schon? Ich dachte, wir sind Familie Schau dir die CD an Zerkratzer wie ein Bolognese Was hast du dir dabei gedacht? No Der letzte YouTuber, den sollte eigentlich jeder von euch da draußen kennen. Man kennt zwar nicht sein Gesicht, aber in der Let's Play Szene kennt ihn jeder. Doch wer denkt, dass dieser Junge nur Let's Playt, hat sich geirrt. Denn wir wissen, was seine wahre Berufung ist. Legt euch mit jemanden in eurer Größe an. Ich muss nun weiter. Ich werde noch woanders gebraucht. Pass auf dich auf, kleiner Johan. Johanke! Johanke! Boah, so ein Wichser. Ich will die 10 Sekunden meines Lebens wieder zurückhaben. Ich sterbe. Ein Fall für Snapchat. Man, Victor! Hm, schauen wir doch mal, was die Dicke so gesnappt hat. Was? 12.350 Sekunden? 2.000 Jahre später. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Jo! Hä? Du bist doch tot? Ein Fall für Snapchat. Joa. Joa. Ah! Heute nicht. Joa, Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sollen wir ins Copedissen? Joa! Geht mehr an Mike, nen Beat, ich zerfetz dich. Du bist nicht fresh, nigga, du bist entsetzlich. Holz herum, weil dein Benz jetzt mal weggeht. Trainierst jeden Tag, doch im Endeffekt hässlich. Jeder weiß, dass du die größte Witzfigur der Welt bist. Lachst bei jedem deiner Witze, sogar selbst mit. Mein einziger Freund ist nur unsympathisch. Einmal witzig sein auf dieses Wunder warte. Ich nehme deine Freundin und bang die haut an. Was zur Paint, du siehst aus wie ein Handyprogramm. Ich bin noch nicht zufrieden, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht zufrieden.